Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Vor ein paar Wochen hatte ich die Gelegenheit den Militärtrainer Pilatus PC7 kennenzulernen. Erst gibt es ein paar Aufnahmen Air-to-Air und dann aus dem Cockpit. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Jetzt fliege ich mit diesem Teil gleich mit. Ich bin echt ein bisschen aufgeregt. Eine PC7. Ich bin echt ein bisschen aufgeregt. 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 Ich bin echt aufgeregt. Da steht sie, Pilatus PC7 mit Turboprop 550 Wellen PS. Mir hat es riesig Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, am besten noch ein Abo und gerne einen Kommentar. Also, bis bald, bleibt gesund, ciao, ciao.